Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Green Hell im Koop-Modus. Ja, man werden wir jetzt auch permanent dabei haben werden müssen. Und ich bin sehr froh, dass ich in der Vorfolge noch einen gefunden habe für diese Wunde hier. Das kann ich nochmal ganz fix zeigen. Da, vergiftete Wunde. Wundinfektion hier. Und danach habe ich gerade die ganze Zeit gesucht und Gott sei Dank genau zum folgenden Ende habe ich da noch einen gesehen. Gott sei Dank. Gott sei Schrank. Äh. Ah ne, okay. Was? Du hast Durst? Okay. Es regnet von morgens bis abends. Mist. Durst kannst brauchst du hier nicht haben. Nicht hier. Alter, das ist, das ist, Alter. Wo hast du das ganze Fleisch hin? Bei mir im Inventar. Okay. Warte, ich schmeiße es hier oben hin. Ja, alles brauchst du nicht. Gib mir die Hälfte. Ach so. Oh Gott. Jetzt zeichne ich noch zwei von dem Guten, glaube ich. Und du hast jetzt zwei gute und einen von dem schlechteren. Paranuss habe ich hier nochmal. Pilze verdorben. Oh. Oh. Ey, sag mal, konnten wir von den großen, von der großen Superfrucht gar nichts nehmen? Da können wir gar keine Samen rausmachen, ne? Schade. Oh. Die großen langen. Mhm. Kacke. Können wir nur essen und zerstören. Alter, was hechelt deiner. Ja, ich habe keine Aussagen mehr, siehste. Oh, siehste. Ich knelle mir die Frucht jetzt rein. So, dann brauche ich die doch nicht mehr anpflanzen, sondern eine Kacke. So, dann speichere ich nochmal ab. Ja, ja, hau zu, wenn du das unbedingt willst. So, leg mich mal hin. Mal gucken. Ich wache mal entweder auf, wenn es energievoll ist oder halt das Bein wieder gut. Okay, jetzt. So, das Bein muss jetzt wahrscheinlich veratmen. Genau, jetzt habe ich... Oh, eine fette Wunde, alter Schwede. Also, an sich ist es schon irgendwo ganz geil gemacht, aber es ist zu übertrieben. Ich weiß nicht, ja. Ja, was du da alles kriegen kannst, das ist... Ja. Aber komm, irgendwo schon ganz cool, dass die sowas mit bedacht haben. Aber es ist halt mega lästig, wenn du das ständig bekommst. Ja, das stimmt. Du bekommst ja ständig was. Das stimmt leider. Achso, habe ich ja schon gesagt, dass ich jeden Tag 16.30 Uhr eine Folge rausballere. Okay, gut. Habe ich es schon gesagt? Ne, ne. Was? Jetzt aber. Bam. So, du kannst jetzt mal helfen, mal mit Tragen hier und Holz holen. Ja, ja, ich muss... Ich brauche jetzt mal Energie. Ich schlafe gerade, warte. Du. Ich werde kommen. Ey, komm, einen Orangensaft trinke ich jetzt. Ich habe... Ich weiß nicht, wohin damit. Oh, ich könnte tatsächlich schon wieder Fleisch essen? Heftig. Äh, gut. Alter, wir müssen schon so weit gehen, ja. Hm. Ich fülle mal gleich den nächsten. Holzscheit brauchen wir oder was brauchen wir? Die großen auf jeden Fall, ja. Aber sammeln wir mal vor, wenn es geht, immer alles voller an Stickys. Und dann, ähm, kannst du die nachher, wenn du bei der Base bist, die in den Halter reinpacken. Ja, passen auch nicht mehr so viele rein, ne? 50 Stück, glaube ich. Nein, hier müssen wir noch ein, zwei bauen. Die restlichen großen mache ich zu Stickys, also zu kleinen, ne? Die ich jetzt nicht mehr mit kriege. Ja, stimmt, siehst du. Dings. Okay, da muss ich... Ich muss ganz kurz hier einen Abstecher machen. Hier ist nämlich die Pflanze wieder die wichtige. Na los, nimm. So, mehr Stickys kann ich jetzt auch nicht mitnehmen. Ah, drei Holzscheite kann man... Oh, da kann man gar nicht mehr rennen. Naja, doch, aber du bist nur zu überfüllt schon. Ich komm nicht... Ich will grad sagen. Ich glaub... Ich bin... Vielleicht... Ich meine, ich muss auch... Doch, äh, vielleicht... Bleib mal hier stehen, damit ich weiß, wo die Dinger sind. Ich bring mal schnell mein Holz weg, dann kann ich die holen. So. So. So, jetzt kannst du herkommen und deinen Zug wegbringen, was weiß ich. Ich hab was gegessen, warum hab ich das getan? Wieso? Weil ich das grad nicht gebraucht hätte. Ich hab grad Fleisch gegessen. Ich würd sagen, hier gegenüber, wo ich die Bananen anpflanze, wach? Was ist das hier? Was? Das hier? Die drei sind jetzt das hier vorne, das grüne. Achso, gut. Und hier? Achso, ist doch gar nichts. Äh, noch nicht, da ich jetzt überlege. Denn das... Die gelbe. Okay, gut. Dann mach ich hier drüben die Bananen. Äh, wo kann ich nicht raufpacken? Kann ich nicht reinpacken? Nein. Dann sind das wahrscheinlich für die kleinen Felder hundertprozentig. Ich weiß bestimmt, wo eine kleine Pflanze ist. Ja, okay, baue ich hier dahinter gleich noch ein paar hin. Dann baue Banane da und Banane. Überall Banane. Das ist doch alles Banane, ja. So, ja, müssen wir noch ein paar Stämmchen holen. Ja, ich werd nochmal ganz kurz wegen Fleisch gucken, ne? Gashi. Weil ich Intelligenzbolzen ja grad alles gegessen hab. Oh, geil, wieder das Schweinchen. Schön. Oh, hier ist schon wieder dieses Protein-Ding. Oh, ich hab die ganze scheiß Knochen aufgesammelt. Geil. Du glücklicher. Mhm. Süß, da freut er sich. Alter, schwirren wir komplett überladen. Ausdauermarsch. Ich hab noch eine Paranuss, die kann ich auch gleich mal gucken. Oh, noch ein Schwein. Geil. Das werde ich jetzt hier aber nochmal zum Trocknen hinlegen. Ach so, wenn es jetzt die ganze Zeit regnet, trocknet das doch bestimmt auch nicht, oder? Keine Ahnung. Ich guck mal. Ich hoffe, ja. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Nein. Er trocknet nicht. Oh Gott, ich bin komplett überladen. Immer noch. Ich komm nicht mehr. So. Alter, wo bin ich vorhin langgelaufen? Verarschen, Alter, wo bin ich? Ach, das hatte ich vorhin auch. Oh, ich sehe gerade, hier ist eine kleine Regenwasserquelle. Aber es steht zwar unsicher, aber naja. Alter, wo bin ich? Nichts ist so sicher wie das unsichere Wasser. Mach sicher. Ich glaube, du meinst das gerade ernst, ne? Du bist gerade wirklich... ...nicht... ...richtig. Verstehe ich gar nicht. Hätte nur Rückwärts wieder hochgehen müssen. Mehr habe ich nicht gemacht, ey. Alter, warum bist du denn immer noch überladen? Verdammte Kacke. Alter, diese Blut, Egel, Junge. Alter, das kann nicht sein. So viel Blut besitzt du doch gar nicht im Körper. Oh. Okay, eine Sache muss ich jetzt mal ausprobieren. Ich glaube, ich kann das Feuer ausmachen. Wenn das hier alles fertig ist, mache ich mal das Feuer aus. Vielleicht. Vielleicht. Huh. Aufsachen wollte ich die nicht. Wo lang genau bist du gegangen? Weißt du das gerade? Nee. Eigentlich nur links runter, da, wo ich die jetzt an die Bäume holt habe. Ha. Drei Seile wiegt ja auch nicht so viel. Die Axt wiegt wahrscheinlich viel, wa? Oh, ja. Kannst du so sein. Ja, die Axt wiegt ganz schön. Ich bin ja in diesem großen Baum, wo man diese Ranken, äh, farben kann. Diese anderen. Bin ich jetzt gerade auch. Aber du bist jetzt nicht an dem Baum jedenfalls. Ja. Alter, wo bin ich? Du musst... Ich bin komplett an einem anderen Ort, als wie ich vorher war. Äh, 50, 28 musst du kommen. Jetzt kann ich nicht auf die Uhr gucken mit den Stämmen auf der Schulter. Ah, du hast auch noch Stämmen auf der Schulter. Was, 50, was, 28? Genau. 50 bin ich. Dann musst du eigentlich... 51 wieder zurück. Und welcher Süd hast du? Was? Nein, das ist unter... Welche Teil ist das unter? Achso, 30. Hä, da muss ja gleich in der Nähe sein. Ja, deswegen. Da musst du ja Richtung... Ja, aber kannst du auch, da musst du ja Richtung Norden gehen. 29,5. Hier sind drei dieser kleinen süßen Dinger. Du musst ja eigentlich da bist. Wow. Hast fein gemacht, hast fein gemacht. Drum wirst du heute ausgepeitscht. Ggd. Geil. Warte, was? Jetzt glaube ich wieder hoch und hole nochmal die Stämmchen, wenn sie da noch liegen. Oh, ich kann das Feuer ernsthaft ausmachen mit dem Bidon. Oh. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht dadurch auch. Du hast es kaputt gemacht dadurch, habt ihr es gehört? Egal. Aus, da am Arsch. Und die Stämme sind weg. Kann ich auch mit... Wann muss das hier? Ja. Wie, die Stämme sind weg. Na, keine Ahnung, wo ich die hingepackt habe. Achso. Das ist schlecht, Minion. Ja, 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 ja. Wollen wir nach der Folge erstmal einen Stoppie machen? Kann man machen. Okay. Oder hast du noch Lust? Ich muss schlafen. Mein Typ muss schlafen, sagt er. Passt eigentlich von der Uhrzeit. Naja, noch nicht. Ne, oder hast du noch Lust sonst? Ne, die Felder würde ich gern fertig machen. Ja gut, okay. Ja gut, das ist... Ja, machen wir noch eine Folge danach. Ist ja okay. Ich verstehe das. Kann ich die Langbahn-Buchstab da reinpacken ins Feuer? Wie bin ich denn von da links nach da oben rechts gekommen, um Bäume zu fällen? Wollte ich nicht. Alter. Hä? Jetzt hat Bambusstab ernsthaft gespawned, oder wie? Wow. Okay. Ich finde, es hält auch kaum Bäume, die du fällen kannst. Wenn du wenigstens einen großen mal fällen könntest. Ja, ach ne, ist so. Das gefällt mir auch nicht. Boah, hier liegen so viele auf dem Boden, die kannst du auch nicht klein machen. Das war größer. So, jetzt hat er schon wieder irgendeine Macke. Oh, hier hinten liegen zwei Holzscheiter einfach rum. Ist das deine? Ne. Ne, das... Du bist ja von Süden gekommen. Die lange ist genau in der Anorektur. Oh, du warst das, ey. Guck mal auf deinen Esen. Bei mir ist noch alles gut. Ohne noch, aber ich geh jetzt mal pennen. Will da ja die Sau. Wie spät haben wir es? Ja, ich komm mit. Mach noch schnell die Kokonat voll. So. Nicht in Wirklichkeit schaffen, nur im Spiel. So, wie lange schlafen wir denn? Bitte bis um fünf. Oder vier. Vier ist auch gut. Oh, vier und zwei und zwei. Perfekt. Vier und zehn steht bei mir. Hä? Bist du schon aufgewacht? Ja. Warum das? Wahrscheinlich, wenn ich mich früh hingelegt habe. Oh, verdammt. Jetzt haben wir es doch ganz früh. Ja, jetzt haben wir es gerade null Uhr. Null Uhr. Bei mir ging es auch bis um vier. 23 Uhr, 33. Okay. Ich habe es bis zum Ende gemacht, aber auch bis um vier. Hä? Das Spiel hat keine Bugs. Wenigstens etwas, ne? Ja, wenigstens was, würde ich sagen. Oh, warte mal. Hat es aufgehört zu regnen? Nein. Als wenn. Alter, das Spiel. Junge. Das nächste Update muss unbedingt rauskommen. Ein Don't Rain Forever Update. Alone. Ne? Essen und trink dich voll, ne? Achso, ja. Hol die Uhr. Ich hätte nur eins essen brauchen. Gut. Wie sieht es mit Fett aus? Ist super. Oh, Bananen. Jetzt hätte ich die Bananen. Schokoriegel kann ich auch essen. Ich habe doch andere Samen, sehe ich gerade. Die braunen. Kann ich die hier hin? Paranus. Paranus. Ich habe... Achso, ja. Hast du Paranus schon irgendwo gepflanzt? Ne. Gut, dann kommen die hier rüber. Eine. Eine einzige. Nicht mehr. Geht das, ja? Ja. Aber die bringen doch kaum was. Ich weiß, ich glaube, die bringen doch gar nichts, oder? Daumen nur ein. Warte, die bringen... Paranus? Die bringen zwei Proteine, 35 Fett, einen Kohlenhydrat und zwei Geisteszustand. Ui. Ja, 35 Fett ist halt schon nicht schlecht, aber der ganze Rest nicht. Ja. Ja, obwohl Geistes... Ach ja, ist egal, einen können wir machen. Ja, einen ist halt auch nicht so. Ach nee, hast du gar nicht reingemacht? Doch. Doch. Halten. Wieso flügen? Großer? Ne, flügen, dann machst du das wieder weg. Achso. Dann machst du das wieder weg. So, wir brauchen noch vier Stämmchen. Jetzt kommen wir mit, denen können wir gleich jeder zwei und dann... Was hast du denn hier gepflanzt? Alles Bananen bis jetzt auf der Seite. Gut. Ja, apropos Bananen, ich bräuchte vielleicht jetzt mal einer. Hier, 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 ja. Brauchst du noch einer? Äh, muss ich gucken. Ja, 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 ich wollte die gleich essen. Ja, nee, ich esse noch einen Schokoriegel. Siehst du, was brauche ich denn? Ja, ich könnte die noch runterwürgen. Oder esse ich... Was habe ich denn noch so? Oh, ich habe eine Dose. Die traue ich mir auch irgendwie nicht zu essen. Das ist bestimmt richtig. Ich habe die auch noch die Esszeit. Ah. So ein Schmerzmodell habe ich noch. Ich habe zwei. So. So, jetzt lassen wir zusammen hier schnell mal zwei Bäumchen fällen. So, sag mal, warum ich hier nicht mal ganz schnell alles aufräumen hier? Lass uns erst mal jetzt schnell die Dinger eigentlich mehr fertig machen. Okay, Bock, gehst mal hin und her. Unbekannte Blume. Nee, nicht die, nicht die, nicht die, nicht die, nicht die. Die kann da bleiben, wo sie ist. Außer du willst sie mal essen. Oder bevor du die isst, gucke ich mal kurz, ob ich die schon mal gegessen habe. Lebensmittelvergiftung. Versehen. Aber 15 Dings, das Gelbe. Ja, bringt nichts. Weg damit. Ja gut, kotze halt einmal. Ist halt auch nicht so schlimm. Ja, aber du. Und als Not-Not-Ding kann man das mal nehmen, wenn man unterwegs ist. Hä, brauchen wir die? Die packe ich nur schnell in das Holz, in das Lager. Ey, das andere Lager ist voll, nur dass du Bescheid weißt. Ja, ich weiß. Habe ich schon voll gekloppt? Ah, hu. Können wir gleich nutzen, um nochmal zwei zu bauen. Ja, eigentlich schon. Ja. So, Bäumchen. Ah, ich habe schon wieder eine Lupe. Ah, wo sind die scheiß Würmer dran? Unten, rechts. Ah, ja, hier. Eins. Oh, fünf Stück, Alter. Ich habe gemacht. Ah, das kann eigentlich jetzt auch mal so langsam. Ich habe die zwei Stämme mitgenommen. Oh, Riesenkröte. Siehst du, ein paar kleine noch vor die gelben Pflanzen. Ich mache mal hier ein paar Büsche weg, dass wir das hier hinpflanzen können. Stein. Musst du was essen? Von Fleisch? Ich habe nicht. Bitte, Öff. Ich habe noch zwei. Hä, Stock? Hatte ich doch gerade gefunden. Äh? Jetzt komme ich hier nicht weiter. Gut. Stimmt. Wie kriegt man die Bretter eigentlich nochmal? Äh, aus Holzplanken. Musst du kaputt machen. Äh, aus großen Holzdingern halt. Also, rechne ich noch vierer auch hin. Okay. Oh, hier liegt wieder ein Truhthorn. Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur- Hallo Hast du auch schon Ja, ein paar Gut, dann mal wieder Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert mich, gebt den Daumen nach oben Und schreibt den Kommentar, ob euch das Video gefallen hat Tschüss